Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der neuen Zombie-Karte via Shadow Throne. Und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr eben Packer Punch aktivieren bzw. finden könnt. Denn dazu müsst ihr ein paar kleine Dinge erledigen, bevor ihr das Ganze aktivieren könnt und das wollte ich euch in diesem Video zeigen. Was ihr aber hierfür als erstes benötigt, ist die Wunderwaffe auf dieser Karte. Hierzu habe ich aber schon ein Tutorial auf meinen Kanal hochgeladen, den Link findet ihr jetzt oben rechts im Video oder auch in der Beschreibung verlinkt. Da habe ich das Ganze einzeln gezeigt, Schritt für Schritt, damit ihr eben wisst, wie ihr diese Wunderwaffe bekommen könnt. Und wenn ihr eben die Wunderwaffe gebaut habt bzw. diese habt, dann können wir auch schon mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und zwar müsst ihr jetzt nun in den Untergrund gehen, also in der Nähe des Spawn-Bereiches, denn dort befindet sich an der einen Wand eine Gefängniszelle bzw. so eine Art Gefängnisgitter. Denn hinter diesem Gefängnisgitter befindet sich so eine Art Generator, so eine Art Generator, den es auch für Darker Shore schon gab. Und den müsst ihr jetzt wieder mit einer Granate oder Explosionswaffe aufsprengen. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr ungefähr 3-4 Sekunden mit eurer Wunderwaffe draufschießen, damit dieser eben aufgeladen ist. Das Ganze merkt ihr auch an einem Geräusch, wenn das Ganze eben fertig ist und dann habt ihr eben den ersten schon aufgeladen. Dann gibt es noch einen weiteren Generator, den ihr wieder aufsprengen müsst und zwar in diesem zerstörten Haus, wenn ihr nach oben lauft. Neben dem Wandkauf auf der linken Seite an der Wand werft ihr einfach wieder eine Granate dorthin und dann sollte das Ganze wieder aufgesprengt werden. Und hier einfach wieder genau dasselbe. Ihr müsst einfach wieder mit eurer Wunderwaffe draufschießen, ungefähr 3-4 Sekunden, bis das Ganze wieder aufgeladen ist. Solltet ihr das Ganze richtig gemacht haben, dann sollte euch auch schon angezeigt werden, dass ihr eben den Übersprenger freigeschaltet habt. Und diesen findet ihr dann auch nicht weit entfernt in diesem zerstörten Haus, denn dort wird ein Aufzug ganz einfach hinuntergelassen. Und dort könnt ihr dann eure Waffen eben punchen für 5.000 Punkte und für 4.000 Punkte für eure Waffen wieder Munition kaufen. So und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Notar, wie ihr eben Packer Punch bzw. den Übersprenger auf dieser Karte freischalten könnt. Ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.